Was hat dieser schöne, reife, leckere Apfel mit 2021 zu tun? Herzlich willkommen bei GVC, Global Video Church. Heute geht es um das Thema 2021, die vier Ängste und die drei Aufgaben, die auf uns zukommen. Das war ein heftiges Jahr 2020, ich würde mal sagen, da ist jeder sich einig, die Welt hat sich einmal auf den Kopf gestellt. Es ist fast nichts mehr wie vorher. Viele Menschen sind persönlich von diesem Jahr wirklich angeschlagen. Bei mir muss ich sagen, ich bin ein Segen ganz glimpflich von der Corona-Krise davongekommen. Also wir haben hier keinen Schaden erlitten. Aber persönlich habe ich meine beiden Eltern verloren, alles in einem Jahr, was für mich bezeichnet für das Jahr ist. Ein riesengroßer Abschnitt geht zu Ende. Meine Mutter und mein Vater sind jetzt bei Jesus, ihnen geht es sehr gut dort. Ich habe viel Trauer-Täler durchgehen müssen, aber habe gleichzeitig gemerkt, es ist richtig und gut, denn es kommt eine neue Phase. Eine neue Phase für mich, eine neue Phase für GVC und eine erst recht ganz neue Phase für die ganze Welt. Und ich möchte heute darüber sprechen, was die Offenbarung über die Zukunft sagt, denn die Bibel ist die zuverlässigste prophetische Quelle, die es gibt. Menschliche Propheten können sich irren, auf jeden Fall, aber die Bibel irrt sich nie. Der große Teil der Bibel, wenn man so die Bibel anguckt, so der vordere Teil, ist sozusagen schon zu 90 Prozent eingetroffen. Viele Prophetien ganz haarscharf und haargenau eingetroffen. Die größte Prophetie natürlich, die immer vorhergesagt worden ist, war Jesus Christus. Es ist unglaublich, es ist unglaublich faszinierend. Wir haben jetzt schon die siebte Jesus School, die daraus besteht, die Bibel von vorne bis hinten in die tiefsten Tiefen, nicht nur zu lesen, zu studieren, aber zu essen. Weil gerade dann wir die Offenbarung so glasklar verstehen können, wie ich persönlich niemals zuvor, niemals zuvor. Es ist super spannend, deswegen komme ich auch immer wieder in meinen Predigten auf die Offenbarung. Weil wir wollen dort nochmal anknüpfen an ein Video, die sind übrigens immer schwarz markiert, das sind die über die Offenbarung, damit man genau erkennt und sagt, jetzt geht's weiter. Weil in der Offenbarung die einzige Handhabe drin steht, wie wir als Christen diese Endzeit nicht nur gut überstehen. Sondern siegreich mit Jesus absolvieren. Denn es ist ja ein Ergebnis dahinter. Es steht eine Geburt an. Die Bibel, die Offenbarung spricht selbst von Wehen, die Wehen einer Mutter, die immer, immer stärker werden. Ich möchte an ein Video anknüpfen und zwar heißt das Covid, Corona, was kommt danach? Und heute möchte ich mich darauf fokussieren, was sind unsere drei wichtigsten Aufgaben 2021, um so gerüstet zu sein. Und ich verspreche es dir, wenn du wirklich diese Dinge tust, wirklich von ganzem Herzen, deine ganze Konzentration in deinem Leben darauf setzt, dann wirst du keine Angst haben, sondern du wirst dich freuen und du wirst im Glauben und in der Liebe zu Jesus so wachsen, wie, ich habe das selbst erfahren, die Leute aus der Jesus School erfahren das so selten zuvor. So würde ich das mal sagen. Also es ist noch feuriger wie die erste Liebe, die ich zu Jesus hatte. Es ist heute noch feuriger. Ich möchte mit euch Offenbarung 6, Vers 1 noch einmal durchlesen, weil damit ja das Ganze, die ganze Endzeit anfängt. Davor, Offenbarung 6, davor ist eigentlich nur so ein, was heißt nur, ist so ein Vorspiel, weil die Gemeinden dort vorbereitet werden. Also es ist ein riesengroßer Bußaufruf an die Gemeinden, damit die Gemeinden aufwachen aus ihrem Jahrhundertschlaf und alles rausschmeißen, was sie belastet, damit die Gemeinde, ist nämlich das, was in der Endzeit zählt, die ist das Licht, die ist eine Arche für die Menschen. Und die bereitet ja diese Gemeinde, die dann auferweckt ist, geläutert ist, die wird ja als Braut vorbereitet, damit Jesus zurückkommen kann. Und seine letzte große Tat tut. Wir werden auch darauf kommen. Es wird wirklich spannend. Woran erkennen wir denn, dass Jesus wiedergekommen ist? Beziehungsweise was tut er? Wie kommt er wieder? Gut, wir fangen aber von vorne an. Also Offenbarung 6 ist ein großes Einläuten eines großen Gerichts. Hier wird der Satan in den Gerichtszahl geführt. Gott wird in den Gerichtszahl gehen und die Angeklagten auch. Das sind einmal die Menschen, die einmal Gott anklagen. Der Satan, der die Menschen anklagt, der ewige Anklager. Aber Gott wird dann letztendlich das Gericht sprechen. Also damit fängt alles an. Nachdem er also die Gemeinden wachgerüttelt hat, da sind jetzt viele Christen, die sind wach, die sind gerüstet, kommt Folgendes. Und Offenbarung 6, Vers 1. Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat und ich hörte eines der vier Wesen sagen, die stehen um den Thron Gottes rum, dieses Wesen sieht aus wie ein Löwe, wie mit einer Donnerstimme. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, der darauf saß, hatte einen Bogen und ihm wurde eine Corona. Ich sag das mal ganz bewusst, weil das ist so klar. Corona heißt Krone. Ihm wird Corona gegeben und er zog aus, sieghaft und um zu siegen. Wahnsinn. Also wir halten nochmal fest. Ich komme auch gleich nochmal zu, weil viele Christen sagen, oh, das ist doch schon alles schon geschehen. Sehr interessant. Ja, ich halte mal ganz kurz hierbei an. Letztes Jahrhundert, 1918 gab es auch eine Pandemie, die Influenzia. Die war auch weltweit. Die hat auch viele Opfer gekostet. Interessanterweise folgte darauf Unruhen, Bürgerkriege und eine riesengroße, die größte Weltwirtschaftskrise, die es je gab. Und darauf kam Hitler und hat das Dritte Reich gestartet. Wollte eine Weltherrschaft anstreben. Das war sein Ziel. Lest es nach. Genau die Folge, die wir hier nämlich nochmal sehen. Aber damals war es eine Influenzia. Damals war es eine kleinere Wehe. Es war nicht so weltumspannend wie heute. Auch Hitler hatte nicht die ganze Welt beherrscht. Er hatte es im Sinn, weil nämlich dahinter diese vier Abläufe, die werden von Gott freigegeben. Aber dahinter steckt ja der Antichrist, der mit jeder Wehe sein großes Ziel ist, wirklich die Weltherrschaft anzutreten. Deswegen ist es auch interessant, dass in der Offenbarung drin steht zum Beispiel, dass dort ein König, ein Horn, das stirbt und steht wieder auf. Also es kommt ein paar Mal so vor und die Leute wundern sich. Was? Er war weg und jetzt ist er wieder da. Genau ist das. Das passiert ja. Letztes Jahrhundert war schon einmal dieser Versuch von einem Diktator, einer Person die ganze Welt zu beherrschen. Und dieses Jahr kommt plötzlich wieder so ein Geist, wieder so ein Bestreben. Aber dieses Mal, wie es im Daniel prophezeit worden ist, ganz anders wie vorher. Das werden wir noch durchnehmen. Wichtig ist, dass diese Abfolge in Offenbarung 6 schon mal da war. Wahrscheinlich schon öfter. Aber dieses Mal mit einer echten Krone, Corona und wirklich, wie jetzt bin ich hier bei dem Apfel, reif gemacht. Vorher war es ein unreiner, reifer Apfel, der sichtbar war. Jetzt wird es offensichtlich viel reifer. Ob es die letzte ist, weiß ich nicht. Das weiß nur Gott, ob das die letzte Wehe ist. Aber es ist auf jeden Fall eine Krone, eine Corona und es ist so weltumspannend wie niemals zuvor. Und jetzt passt auf, was passiert. Also die Corona umspannt und regiert und kontrolliert. Die ganze Welt ist eingetroffen. Und als es das zweite Siegel auf war, hörte ich das zweite Wesen, das ist der Stier, sagen. Komm und es kam heraus ein zweites Pferd, das war Feuerrot und dem, der da rauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrächten. Und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Sehr interessant. Also hier wird, damals war es der zweite Weltkrieg, der erste Weltkrieg, die kleine Wehe. Was jetzt sehr spannend ist, ist, dass das, also ich finde, es ist eine Art Weltkrieg. Weil egal, wo du hinguckst, gibt es riesige Aufstände auf der Straße, hier die Riots, die so krass am Zerstören waren, in allen Städten, in allen in der USA, dass man hier schon sagen kann, das ist ein weltweiter Krieg. Und zwar unter den Menschen. Die Menschen werden gespalten und sie gehen aufeinander los. Es ist genau das, was wir jetzt gerade erleben. Also wie eine andere Art von einem dritten Weltkrieg, weil es auf der ganzen Welt ist. Jetzt kommt das dritte Pferd. Und als sie das dritte Siegel auftaten, hörte ich das dritte Wesen sagen, komm. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd und da drauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand und ich hörte etwas, sie eine Stimme, mitten und wie eine Stimme, auch interessant, keine Stimme, sondern etwas da brodelte. Unter den vier Wesen sagen, ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und drei Maß Gerste für einen Silbergroschen. Aber dem Öl und dem Wein tu keinen Schaden an. Hier habe ich schon in dem letzten Video gesehen, es geht auf jeden Fall um Wirtschaft, um Grundnahrungsmittel und auch um Öl. Wein waren keine Grundnahrungsmittel, das waren wertvoll, sowas wie Gold. Das sind ja alles so Dinge, die man heute ganz genau beobachtet. Weil es ist ganz groß in den Medien, eine Wirtschaftskrise wird kommen. Und die ganze Welt versucht gegen zu steuern. Damals war es eine Weltwirtschaftskrise, die hat wirklich 1926, da gab es so viele Arbeitslose wie nie zuvor. Es war ein Welt, wirklich ein großer Hunger. Und deswegen war das, war ja dann bereitet für Hitler. Also es ist interessant, dass diese Krisen einmal von Gott benutzt werden, steht deutlich in der Offenbarung drin, um die Menschen wachzurufen. Und was wir dieses Jahr erlebt haben, was immer noch weitergeht, Menschen bekehren sich scharenweise, weil sie erkennen, dass sie hier in einer Lügenwelt gebunden sind. Und die Kontrolle nimmt zu und zu und zu. Es wird ein weltweiter, ein kommunistischer Geist, eine absolute Kontrolle übernehmen. Wir werden im nächsten Video nochmal deutlich eingehen, die Kontrolle ist nicht mit Gewalt, das steht auch im Daniel, mit Gewalt hervorzubringen, sondern mit Ängsten. Ängste werden geschürt, dafür ist jetzt auch das mit den Medien überhaupt vorbereitet, dass das möglich ist. Und mit den Ängsten der Menschen kommt die Weltherrschaft wie ein großer Erlöser daher. Ja, wie wir heute auch viele Menschen wirklich die Hoffnung in die Regierung und in die Impfung und in die Medizin setzen, weil sie Panik haben. Gerade gestern mit einer Freundin telefoniert, eine Ärztin aus Deutschland, die sagte, die Krankenhäuser sind voll. Aber nicht nur von Corona, viele sterben einfach, weil sie aus Panik ihre Medikamente nicht mehr nehmen, aus Panik nicht mehr zum Arzt gehen. Also da sind Nebeneffekte, die den Tod hervorrufen und Krankheit, die, ich würde mal sagen, mehr oder mindestens genauso gefährlich sind. Also da kommt dieser Frieden, wird weggenommen, der Krieg kommt und das ist die zweite Angst Menschen. Keiner will Krieg. Keiner. Und wenn jetzt eine Regierung kommt, die sagt, hey, ich verspreche euch, wir werden hier Frieden schaffen, das ist unser Ziel. Und alles wird ausgelöscht. Hier heißt es ja umbringen. Ihr müsst wissen, dass die Offenbarung nicht nur eine physische Erfüllung ist, sondern auch eine geistliche Erfüllung. Meistens sogar beides. Du siehst es physisch und geistlich. Menschen werden hier zahlreich. Ich persönlich kenne fünf Leute, inklusive mir, die gebannt worden sind von Instagram und Facebook, weil sie bestimmte Dinge gepostet haben, die Hetze sein sollen. Hetz-Prediger. Ich weiß nicht, was an meinem Posten Hetz-Predigt war, aber gut, das bleibt mal dahingestellt. Das finde ich auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass mit dieser zweiten Angst, die Angst vor dem Krieg, die Menschen in eine Kontrolle hineinrennen. Seht euch die Impfzentren an. Die stehen Schlange. Und die hören nicht auf verschiedene Videos, die ja sofort wieder als, das sind die Hetz-Prediger, das ist Verschwörungstheorie. Die hören nicht drauf, aber es ist ganz klar, 100 Prozent, da braucht man gar nicht diskutieren, dass man in einem Jahr nicht feststellen kann, ob diese Impfung wirklich schädliche Nebenwirkungen hat. Es ist auch nicht sicher, dass sie Nebenwirkungen hat, auf gar keinen Fall. Aber allein die Gefahr, die Schweinegrippe-Impfung hat man eingestellt, weil sie MS hervorgerufen hat. Ja, die Kontergan-Kinder waren in meiner Jugend echt ein großes Thema. Da hat man so gewarnt vor Medikamenten. Deswegen hat man ja solche Schutzmechanismen eingebaut, wie zum Beispiel, dass man einen Impfstoff gerade in dieser Art mindestens mal vier Jahre testet, um zu sehen, was kommt daraus. Aber nein, die Menschen, ihr merkt das, also die Angst vor der Corona und die Angst vor Unruhen strömen die Leute und sagen, ja, band die Leute, Hetz-Prediger, die machen das ja teilweise selber. Dass sie so Menschen so beschimpfen, einen Shitstorm schicken. Und viele, die das Video sehen, haben es wahrscheinlich schon erlebt. Und du hast Angst und du ziehst dich zurück. Wir sind mitten in Offenbarung 6 drin. Mitten drin. Und dann das dritte Pferd und ich sah ein schwarzes Pferd mit der Wirtschaftskrise, ist genau das, was auch damals Hitler den Weg bereitet hat, dass die Leute Angst um ihr Geld hatten. Und teilweise auch sogar großen Teil ein Geld verloren hat. Mein Urgroßvater hat eine Menge Geld verloren. Er hatte gerade seine Burg verkauft und kurz darauf kam die Inflation und alles Geld war nichts mehr wert. Ein Maß Weizen für einen Silbergroschen heißt so ungefähr, es sieht eigentlich recht billig aus, aber es ist ein Tageslohn für eine Portion Weizen. Aber was noch viel mehr dahinter ist, da ist eine Kontrolle. Jemand bestimmt das von außen. Ja, und genau das werden die Menschen nutzen oder werden die Menschen als Rettung sehen. Und was dann später kommen wird, das wird im nächsten Video gesagt, das Zeichen, früher wusste er nicht, dass es Chips gab, die man so implantieren kann. Das war überhaupt noch gar nichts in deren Denken drin. Der hat einfach nur gesehen, die haben ein Zeichen auf die Hand bekommen und nur damit konnten sie kaufen und verkaufen. Und jeder andere muss eigentlich verhungern, wenn Gott nicht vorher schon einen Plan für uns hat. Also diese Weltwirtschaftskrise, die kommen wird, wird das Bargeld abschaffen, wird eine neue Währung, es wird angestrebt werden, eine Art Weltwährung. Auf jeden Fall wird es alles, es wird viele globale Organisationen geben, nicht ein Weltherrscher, werden wir auch beim nächsten Video machen. Sondern Organisationen, die schließen sich zusammen wie eins. Und die Menschen werden es in den Himmel jubeln. Und das ist das andere, interessanterweise bei Hitler war das ja auch, die große Masse hat gestanden und ihm zugejubelt. Unglaublich, wir da heute schlagen den Kopf zusammen. Aber es passiert ja, es ist ja schon wieder auf dem Weg zu genau demselben Problem, derselben Weltherrschaft. Und wir rennen schon wieder rein. Also, die Angst vor Corona, die Angst vor Krieg, Streit, Kämpfe und die Angst vor der Weltwirtschaftskrise. Und das vierte, das steht nicht da, aber ihr könnt es zu Hause lesen, ist dann das Todespferd. Sehr interessant, es wird eine Phase noch geben. Ganz klar, im Zweiten Weltkrieg waren es über 50 Millionen Menschen, die gestorben sind. Also, da ist es schon einmal im Kleinen erfüllt werden. Die nächste Welle wird größer werden. Wodran die Menschen sterben werden, weiß ich nicht. Aber ich weiß eins, diejenigen, die mit Jesus gehen, brauchen davor keine Angst haben. Wir kommen darauf später. So, das sind also die drei, vier, Angst vor dem Tod und vor der Krankheit, vier größten Ängste. Was ist die Aufgabe nun der Christen? Also, wir können schon mal festhalten, die Menschen spalten sich mehr und mehr einfach in komplette zwei Lager. Es gibt zwei Klassengesellschaften. Ganz simpel, das kommt mindestens ab 2021, ich denke 2021 auf uns zu, weil es jetzt schon sichtbar ist. Aber wir dürfen uns vorbereiten, auch wenn das vielleicht noch länger dauert. Aber wir als Christen, es steht klar hier drin, wir schauen, was ist unsere Aufgabe. Die einen haben Angst und schauen nach der Welt, nach den Organisationen, nach den in den Medien verkündeten Lehren und Infos und was man alles tun muss und folgen. Und die anderen, die erkennen, was dahinter steht, die gehen in die Richtung, sagen, Jesus, was kann ich tun? Wie kann ich mich davor hüten? Wie kann ich überwinden? Da steht in der Bibel, das Biest nicht anbeten, also das Biest nicht, sich nicht vom Biest führen lassen, sondern wie kann ich dir folgen? Und da heißt es dann, ihr seht das direkt ein Kapitel später steht schon, unsere erste Aufgabe. Erste Offenbarung 7, Vers 2. Das Siegel der Furchtlosigkeit ist die erste Aufgabe. Warum sage ich Aufgabe? Weil hier steht ja eigentlich sehr, sehr passiv. Also wir wissen nicht, wer das ist, das sind 144.000. Wir wissen nicht, wie Gott das macht, aber die Bibel hat ja im Alten Testament, wie so eine Schnitzeljacht, schon Dinge mal vorbereitet und durcherlebt, damit wir sehen, ah, so sieht das aus. Weil in Sprüchen steht, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es war schon mal. Und zwar will ich das mit euch mal lesen, wie kann ich denn das Siegel der Furchtlosigkeit bei mir in meinem Leben annehmen, damit ich wirklich keine Angst mehr habe. Und zwar wirklich gar nicht mehr. Ich habe auch keine Angst vor dem Tod. Wie geschieht das? Im 2. Mose 12, Vers 22 passiert eigentlich ähnliche Dinge. Das Volk Israel ist in Ägypten gefangen unter einer Kontrollherrschaft und Gott befreit sie. Aber bevor er sie befreit, kommen diese Gerichtswehen. Jetzt müssten ja bei euch schon, genau wie bei mir, leuchten alle Alarmglöckchen auf, ja, bimmeln alle Glöckchen. Weil, also hier erleben wir am Volk Israel das, was wir heute erleben. Und deswegen können wir lernen, wie das funktioniert. Weil die Israeliten, die haben so ein bisschen reagiert wie ich und du, ja. Zuerst ist man so ein bisschen irritiert. Man braucht eine Weile, bis man kapiert, was abgeht. Jedenfalls kamen diese Gerichtswellen und ganz zum Schluss, damit der Pharao sie wirklich ziehen lässt, bringt er die Erstgeborenen um. Also richtig übel. Aber bevor er das tut, sollten die Israeliten Folgen das tun. Nehmt einen Büschel Isop und taucht es in das Blut im Becken von einem Lamm, was vorher geschlachtet worden ist. Und streicht es etwas von dem Blut, das in dem Becken ist, an die Oberschwelle und an die beiden Türpfosten. Ihr aber, von euch, darf bis zum Morgen keiner zur Tür seines Hauses hinausgehen. Und der Herr wird durch das Land gehen, um die Ägypter zu schlagen. Sieht er dann das Blut an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, wird der Herr an der Tür vorbeigehen und wird dem Verderber, ihr merkt hier, es ist nicht der Herr, sondern er lässt immer etwas zu, was der Satan sowieso machen will. Also der Herr geht vorbei und er lässt, er wird dem Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen, euch zu schlagen. Davor, ich habe da unten drei Bildchen geballt, sollten sie sehr interessant das Dauerteig aus dem Haus schaffen und nur ungesäuertes Brot haben. Was, die Bibel erklärt das, ein Bild dafür ist, lasst euch von den Lehren der Heiden nicht versäuern. Haltet eure Lehre, euren Glauben, eure Bibel rein. Das Zweite, seid gestiefelt, seid bereit zu fliehen. Wir kommen auch dahin noch, was das mit dem Fliehen auf sich hat. Die Schuhe der Bereitschaft ist natürlich auch das Evangelium zu verkünden, Menschen mit reinzurufen in die Arche. Und das Dritte war, haltet Versammlung. Also das ist alles drei, ist ein Teil von dem Blut, was an die Türpfosten geschmiert worden ist. Haltet Versammlung, um Gott anzubeten. Ihr Lieben, ist das nicht interessant? Und genau das wird ja gerade verboten. Beziehungsweise jetzt wird es wieder erlaubt. Ich finde auch interessant, wie Gott hier immer wieder so seine Gunst und seine Wegweisung hinein legt. Auch hier in Amerika dürfen wir uns wieder zum Gottesdienst treffen. So, das Siegel der Furchtlosigkeit, das ist bei uns heute, steht im Neuen Testament, nicht mehr ein geschlachtetes Lamm, sondern die ganze Offenbarung über wird Jesus immer wieder als das Lamm bezeichnet. Jesus Christus ist das Lamm. Sein Blut wird Dich versiegeln, dass Du keine Angst haben musst. Dein Leben liegt nicht in der Hand der Regierung, nicht in der Hand von Ärzten, nicht in der Hand von Corona, sondern alleine, wenn Du das willst. In Jesu Hand. Und ich feiere, wir feiern bei GVC jedes Mal das Abendmahl, weil genau das Abendmahl, genau die heutige Tat im Neuen Bund ist, die damals dieses Blut an die Türpfosten schmieren war. Das sollten die übrigens, das haben die immer an danach die Jahre, das hat Gott ihnen eingeschärft, macht das wirklich über immer, hört niemals auf, diese Praxis zu, also diese Feier zu tun, mit dem ungesäuerten Brot, mit, alle haben Schuhe an, damit sie sofort gehen können und mit den Versammlungen und mit dem Blut an den Türpfosten. Das sollten sie immer tun, warum wohl? Damit wir heute noch daran erinnert werden, weil Gott damals schon wusste, es wird eines Tages in der ganzen Welt geschehen, die Gerichtswellen werden kommen und dann muss mein Volk vorbereitet sein und wissen, wie es geht, wissen, was sie tun müssen. Also das Siegel der Furchtlosigkeit, verbunden mit reiner Lehre, Schuhe der Bereitschaft und die Versammlungen mit den Christen. Zweitens, Offenbarung 11, ihr seht, das ist wirklich Kapitel für Kapitel, dazwischen kommt immer mal eine Gerichtswehe, aber dann wird immer gesagt, was wir tun müssen. Und ich will meine zwei Zeugen bestimmen und sie sollen weiß sein, 1260 Tage lang. Diese Zahl ist übrigens immer dreieinhalb Jahre. Also es handelt sich wohl um dreieinhalb Jahre, die, wenn der Apfel wirklich reif ist, die letzten dreieinhalb Jahre sind, bevor Babylon kaputt gemacht wird. Also die Sünde wird kaputt gemacht, das sündhafte System wird kaputt gemacht und das ist eine Riesenbefreiung für uns alle. So, und sie sollen weiß sagen, 1260 Tage lang, angetan mit Trauerkleidern, diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Ernte stehen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen kämpfen und wird sie überwinden und wird sie töten. Ob das ein leiblicher Tod ist, heutzutage werden viele Christen um das Evangeliumswillen getötet, oder wieder ein geistlicher Tod, beziehungsweise ein Tod in den Medien, ausgeschaltet, bleibt dahingestellt. Aber was ganz wichtig ist, zwei Ölbäume und zwei Leuchter, Ölbäume und Leuchter in der Offenbarung selber werden als eine Gemeinde bezeichnet. Es kann also sein, diese zwei Zeugen, das sind Bußprediger in Sackleinen, gab es schon letztes Jahrhundert, ihr Lieben, auch interessant, vor dem Dritten Weltkrieg, genau dasselbe wieder passiert, ja. Und dann wurden ja die Christen extrem mundtot gemacht, also die Christen wurden nicht, es gab Scharenchristen, 80 Prozent aller Christen, die haben sich einfach geduckt, wenn man sich duckt und dem Biest die Ehre gibt damit, ja, dann passiert einem normalerweise nichts. Aber die Christen, die das nicht tun, die sind mundtot gemacht worden und die sind verfolgt worden. Wir halten fest, es sind Bußprediger, die auch letztes Jahr, letztes Jahr 2020, überall sichtbar waren, hier in Amerika, in allen Städten, aber auch Gemeinden. Gemeinden, die aufstehen, wir als GVC, wir wollen solche, wir sind bereit, diese Zeugen zu sein, weil wir sind ja alles die Zeugen von Jesus. Wir bezeugen, dass er gelebt, dass er lebt, dass er unser Erlöser ist und wir bezeugen auch, was sein Plan in dieser Zeit ist. Also nicht nur, nicht nur immer, alle deine Sünden sind vergeben, sondern auch, was passiert hier, das steht doch da drin. Denn es ist eine Offenbarung Jesu Christi, ihr Lieben. Die Offenbarung ist eine Offenbarung Jesu Christi in den letzten Tagen. Also die zweite Aufgabe ist, Zeuge zu sein. Alleine, aber auch mit deiner Gemeinde, Ruf zur Umkehr. Und zwar wirklich, ruf den Menschen das zu, die müssen diese Wahrheit hören, die macht wirklich frei. Und das dritte, das ist dann die letzte Aufgabe, ist Joel 1, Vers 13, übrigens gab es das auch schon, der Ruf zur Umkehr. Und zwar auch immer in diesen Gerichtswellen, das ist sehr interessant, die Gerichtswellen kommen immer in Kombination mit dem Volk Gottes, was aufsteht, oder Propheten, die aufstehen und sagen, kehrt um, tut Buße und rennt in die Arche zu Jesus, zu Gott hinein. So, Offenbarung 12, Vers 6, das ist das letzte. Da heißt es, und die Frau, die vorher einen Sohn geboren hat, der in den Himmel gerückt ist und einmal die ganze Welt regieren wird, ist Jesus Christus. Aber die Frau hier ist nicht Maria, weil Maria ist nicht in die Wüste geflohen, nachdem Jesus Christus zum Himmel aufgefahren ist, sondern hier geht es um die Gemeinde, um die Braut Christi. Und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt werde. 1260 Tage, Jesus wieder. Diese dreieinhalb Jahre, wenn es wirklich ganz schlimm wird, soll diese Frau versorgt werden. Da gibt es einen Zeitpunkt, wo wir fliehen müssen. Und dann steht da noch mal erklärt, nachdem der Krieg dann mit dem Drachen erklärt wird, dass der Drache rausgeschmissen wird und dass es jetzt richtig schlimm wird, mit dem Drachen nicht unbedingt in den Augen der Menschen, die ohne Gott leben. Da sieht das vielleicht gar nicht so schlimm aus. Da ist ja der Retter da. Aber für uns Christen, die wir wach sind, auf jeden Fall. Und es wurde der Frau die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliege, Wildnis übersetzt. Das muss nicht unbedingt eine trockene Wüste sein, sondern einfach in der Wildnis, in der Natur. An ihre Städte, wo sie ernährt wird, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, hier wieder die dreieinhalb Jahre, fern vom Angesicht der Schlange. Ganz eindeutig, hier ist die dritte Aufgabe, bereit zu sein, zu fliehen. Und diese Aufgabe gibt es im Alten Testament tatsächlich ganz häufig. In Lukas 17, Vers 28 sagt selbst Jesus, Ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lots, sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, da Lot von Sodom hinausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Ebenso wird es, sagt Jesus, in dem Tag sein, da der Sohn des Menschen offenbart wird. Also hier bringt sogar Jesus rein, ihr Lieben. Bevor Babylon zerstört wird, flieht raus, wie Lot. Flieht raus, wie Lot. 2. Mose 19, Vers 4 Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügen, hier haben wir es wieder, euch zu mir gebracht habe. Da spricht Gott von Volk Israel. Auch das Volk Israel, als es aus Ägypten ausgezogen wurde, Flucht. Danach, als der Pharao dem Israeliten hinterher floh, hat Gott das Gericht an Pharao vollzogen. Und die sind alle im Roten Meer. umgekommen. Also so klar, mit dieser Bereitschaft zur Flucht ist nur drei Beispiele von mehreren, wo deutlich wird, wir als Christen haben das Siegel der Furchtlosigkeit. Wir sind bereit und sind Zeugen und rufen laut zur Umkehr. Und das Dritte, wir sind bereit, umzufliehen. Ich weiß von Menschen, die schon überlegen, Gutshäuser und Kloster zu kaufen. Maria Prehan hat von Gott den Auftrag gehabt, in Afrika eine Arche zu bauen, wenn die Christen fliehen müssen, dass sie dort hingehen. Das sind ein Beispiel von vielen, wo Gott auf der ganzen Welt die Archen vorbereitet. Und du und ich, lass uns bereit sein, wenn du das auf dem Herzen hast. Ich weiß, dass einige hier sind, die haben schon ganz lange, und du verstehst gar nicht, warum dieser Wunsch da ist, ein Land zu kaufen mit Wasser und Quellen und wo man sich so reinfliehen kann. Mach es! Es ist Zeit, sich umzuschauen. Gott wird dir deutlich zeigen, wo es ist. Es ist kein großer Akt. Er wird dir deutlich zeigen, wenn es soweit ist. Tu es, wenn du merkst, es brennt auf deinem Herzen. Dann folge diesem Ruf, denn wir werden alle eines Tages irgendwann mal, wenn es soweit ist, in diese Archen hineingehen können. Lass uns zum Schluss beten und dieses Gebet ist eine Art Versprechen, sich an diese Aufgaben wirklich zu erinnern und Jesus mit Jesus zu überwinden. Herr Jesus, du bist unser König. Du hast die einzige Krone, der wir folgen. Ich fürchte mich nicht vor deinem Gericht. Ich bin furchtlos und vertraue auf dich. Ich bin jederzeit bereit, dein Botschafter zu sein und zur Umkehr zu rufen. Ich höre nicht auf, mich mit meinen Geschwistern zu versammeln, um dich anzubeten und dein Wort zu studieren. Ich vertraue mehr auf dein Wort als auf Menschenworte. Wir sind bereit, uns von dir aus Babylon führen zu lassen. Bitte halte unser Herz für dich heiß und furchtlos, damit wir in allem mit Liebe und Besonnenheit handeln können. Danke, dass dein Wort wahr ist und wir dir folgen können, wohin du uns aufführst. Wir vertrauen dir. Amen. Habt eine wundervolle Woche, verbringt eine wundervolle Zeit mit Jesus, seid Botschafter und ein großer Leuchtturm. Ich freue mich mit euch zusammen auf die Zukunft. Bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Vielen Dank.